Die erste Wäscherei 1835 gegründet hatte und dann die chemischen Reinigungen hatte. Die erste Wäscherei 1835 gegründet hat in Friedrichshagen den Großen nachgebildet. So, wir gehen jetzt rein. Wir kriegen erstmal das schöne Wackhaus ein bisschen näher hin. Ihr seid mitgefahren. Hier oben ein Lockkreuz. Nach der Wetter haben wir früher gesagt Berlin, den Lockraum aus Berlin, aber die war nicht komplett. Der Mantel fehlte oben ein Knopf. Du seht auf der Gokade ein Stern, der auf dem Schulterspiel. Der Mann war von Köpenickies Dummer. Der Stadtarzt hatte den bezeichnenden Namen Dr. Tod. Der Blick vom Krankenhaus ging direkt auf den Friedhof. Roland von Flemming gründete einen Jungmännerverein. Das Gefängnis befand sich an der Straße Freiheit. Zum Ratskeller musste man in den ersten Stock, hatte ich schon gesagt. Und einer der Bürgermeister hatte den Namen Borgmann. Der Todesurteil verhängt wurde über Friedrich II., der mit seinem Freund Leutnant Saal dieses Todesurteils verhängt wurde. Das ist ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Er ging die reichen Herrschaftengruppe durchgedruckt. Er hat sich auch dort Mädchen gesucht und hat mit denen hier in den Flüssen fast zeitgleich und Richard Schinder eben seine erste Wäscherei hier aufgemacht. Das Wasser symbolisierend sehen Sie hier einen goldenen Stern und zwei silberne Fische, die den Fisch fangen als das Wichtigste. Er hat große Sorgen gemacht um die Volksgesundheit in Berlin, weil die ansteckenden Krankheiten nicht zu bannen waren. Grundendlich diese ansteckenden Krankheiten gebannt und die Volksgesundheit war dann besser. Auch die TBC war dann besser. 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 Vielen Dank.